Sie suchen hier einen Mann, ich weiß. Name und Adresse und Familienstand. Verlobt. Wir wollen heute heiraten. Und er ist heute Morgen in die Stadt gegangen, um seine Krawatte noch zu besorgen. Und er kam nicht wieder zurück. Und ich sitze hier mit dem Priester und mit dem Lob und mit dem Essen und dann allein. Untertitelung des ZDF, 2020